Das ist das seltenste Easter Egg in Fortnite. Wenn du schon mal Glück hattest, hast du vielleicht schon mal diesen kleinen Gartenzwerg in einer Brickwall gesehen. Er ist seit Chapter 1 im Spiel, aber wie selten ist er wirklich? Finden wir's raus. Anstatt an Battle Royale meine Zeit zu verschwenden, bin ich gleich in Creative rein und habe jede Menge Wände platziert. Es müssen übrigens Brickwalls sein, weil diese Zwerge nicht in Holz oder Metall auftauchen können und auch nicht in anderen Steinbilds. Nach 500 Wänden konnte ich immer noch keinen Zwerg finden. Erst als ich 100 weitere Wände platziert habe, konnte ich einen Zwerg in der Wand finden. Also spawnen ca. alle 600 Wände Zwerge und das ergibt eine Spawnshows von 0,16%. Und jetzt weißt du...